Meine Kupanne? Meine Kupanne ist raus. Das ist nicht so schlimm. Oh, oh. Ah! Nee, so ein Ziggy-Bahn. So, die beiden Wagons sind voll. So, die Wagons sind voll. Und das ist auch noch leer, oder? Ja. 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 Der ist einfach weitergefahren. Vielleicht macht er das von alleine gleich noch. Vorsicht, du hast ihn durch Leon. Er hat schon ein paar Sachen verloren. Ja, die haben schon einige verloren. Nein, ich hab nichts. Der hat vielleicht um? Nee, der würde jetzt weiterfahren. Oh nein, der verliert einige Wache. Nein, der verliert einige Wache. Ja, vielleicht fällt der selber um. Hä? Was holt der? Ah, fällt eine Fläche. Das hat nicht funktioniert. Der kann ja gar nicht um. Mach es mit der Hand. Mit der Hand. Oh nein. Oh nein. Das sind beide Züge mit dem Warnangleis. Die Güterzüge müssen die jetzt aufsammeln. Oh nein. Was kann passieren? totally understandable. Oh nein. Komm. 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 Uuuuuh! Okay. Dann müssen die zu gern noch hinfallen, Leon. Ja. Ja, aber jetzt hören wir das alles auf. Genau. Dann müssen die zu gern was abholen. Das geht nicht. Ein bisschen. Wo fährt er jetzt hin eigentlich? Wo ist sie? Hier drin, ne? Ja. Kann fährt er los? Oder ist noch nicht ganz voll? Wir müssen den noch beladen. Haben wir alles? Noch nicht. Da ist noch einer. Jetzt haben wir alles. Haben wir alles. Haben wir alles. Haben wir alles. Ja, und jetzt fahren wir. Oh nein, die verlieren die da rein. Warum fährt der rückwärts? Na, weil die das holen wollen. Aber die müssen ja erstmal ausladen, bevor die das holen. Oder nicht? Wo müssen die das ausladen? In der Recyclingfirma. In der Recyclingfirma? Ja, wir müssen jetzt so ausschütteln. So, wie schütteln wir die jetzt? Ja, ausschütteln wir die jetzt? Ja, ausschütteln wir die auch. Genau, so. Sehr gut. So. So. Wo ist das? So, ich muss die ein bisschen rein. Jetzt nur noch die beiden. Oder ist das ein bisschen? Oh. So. So, ich muss die ein bisschen rein. So, ich muss die ein bisschen reinfallen. So, ich muss jetzt gerne nach dem. Und die anderen Steine. Das kann ich hier liegen. Das kann ich hier liegen. das sind doch gerne die anderen hier die müssen auch in die Zeit mit den Mann bleiben Jetzt kann ich ruhig das fahren. Oh nein! Oh nein! Oh, 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 oh. Eine Hilfungsführung. Und jetzt sind die alle drin. Sehr gut. Der Wuster fährt erst einmal raus. Und jetzt Wuster. Jetzt Wuster. Der Wuster fährt erst einmal raus. Jetzt müssen wir zum anderen. Unterfahnen, oder? So, das zieht Lacko. Das zieht Lacko. Also das kann Lacko ziehen. Also das zieht Lacko. Also das zieht Lacko. Ja? Ja. Ja. Und Gustav, was sieht der? Die hier? Ja. Hey, warte auf mich. Okay, okay. Okay, okay. Das ist nicht Wuster. Aber der rote Blitz war ein bisschen. Das war ganz schön geil. Ich helf dir. Dankeschön. Ja. Gut. So, die Unverstände. Da ist eine Unverstände. Die ist da groß. Und ich schaff das schon. Aber ich schaff das schon. Jetzt muss Lacko machen. Und wir sollen nicht auch Gustav? Ja. Du sagst das auch. ig dem click die Unverstände. Ja. Und ich blämbere dazu. Und ich schaff für hour Uhr oder die messe. Das schaff das auch meine matin, Wenn das nicht lacken war. Okay, ja. Und ich machen mich durch. Und ich spüre vor mir. gekn fuerte. Und ich habe das outfit geschaffen. Und ich mache es Schritt nach. Und ich gehe vermute. Und ich mache das jetzt owe makeupaquin wielen. Uh, das fast esträdige Bräufe. Das ist Papiermüll. Papiermüll? Da haben die das aufgelammelt. Das machen wir noch nie. Das fällt ja nicht immer rückwärtsgang, Leon. Nimm mal Gustav, dann fällt er hinter dir. Das ist mir. 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 Okay, okay. Das ist mir. Trud. 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 Was ist das denn? Tut! 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 Komm! Wir fahren jetzt in die Zeitunganlage. ich bin ein Geruch. Ich bin ein Geruch. Ich kann es doch hier auf einen Geruch. Du kannst es dann gerne mit dir verraten. Du kannst achet das. Ich bin stark. Ich nehme dich an. Du kannst es also nicht nehmen. Ich rufe mir nicht. Das war ich mich. Ich nehme dich an. Wenn ich geb das€be, dann kommt das. Hier macht mir Platz. Okay, okay. Okay, okay. Okay, meine Masse. Hey, lass mich in Ruhe. Okay, okay. Hey, lass mich in Ruhe. Hey, lass mich in Ruhe. Okay, okay. Ich fahre jetzt schon nach vorne. Jetzt fahre ich zu Miesel. Ge voller Wache. So, dann müssen wir jappeln. kann der ding da bleiben dann bleibt der in der recyclinganlage okay sehr gut Ist ja auch okay, wenn der in der Lade bleibt. Vielleicht kann er da ja wieder raus fahren, eigentlich haben wir doch einen Weg hier. Eigentlich kann er doch hier wieder durchfahren. Nein, der muss da nicht mehr dran. Du musst die Tür aufmachen, da passt er nicht weg. Wieso fahren die nicht mehr rein, Leon? Nur weil ich das mit der Hand mache. Nur weil ich das mit der Hand mache. Das geht nicht. Okay. 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 So. Okay. So. Jetzt muss ich kurz noch aufpassen. Das muss ich auch noch aufpassen. Das muss ich 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 noch aufpassen. jetzt stellen wir die züge auf jetzt stellen wir die züge auf es hat es geschafft Ja, aber die ist voller. Die ist halt nicht. Sie müssen es schaffen. Guck mal. Guck mal, dass der rote Blitz das schafft. Guck mal, dass der rote Blitz das schafft. Nein, Lacko. Nein, Lacko. Nein. Wenn dir uns Zugi-Bahn-Kanal gefällt, dann abonnieren doch gerne für weitere Folgen. Und um uns zu unterstützen. Oder lass einfach ein Like da. Das war's, liebe Leute. Tschüss. Vorbei. Ja, vorbei. Okay.